Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 10. Mai 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 615 und heute habe ich die folgenden Themen dabei. Drohnen Display, Galaxy Fold, Google Duo, Android Beam, Android Q und YouTube Music. Ich beginne mit Drohnen und einem Thema, was uns schon länger begleitet, zu meinem News-Podcast vom Geek Talk, aber auch hier in der Daily. Die Schweizer Post ist ja zusammen mit Matternet unter anderem am Testen und zwar nicht bemannte Drohnenflüge von Blutproben und ähnlichem. Zum einen ist das in Tessin unten, wo sie das Ganze testen, in der Westschweiz und in Zürich. Und in Zürich ist ja, das ist gar noch nicht so lange her, eine Drohne vor kurzem mal im Wasser gelandet, leider. Jetzt ist wieder ein Zwischenfall passiert, auch wieder leider. Und zwar ist die Drohne irgendwo im Wald runtergekommen, denn genauen Grund kennt man noch nicht. Aber der Grund, weshalb ich das hier reingenommen habe, ist relativ einfach, weil ich finde, die Post hat extrem toll und schnell reagiert. Innerhalb von kürzester Zeit, ich glaube der Unfall ist irgendwie um 10.50 Uhr passiert und um 11.57 Uhr war schon eine Meldung oder eine Stellungsnahme auf dem Postblog online und hat das Ganze sich informiert. Da dürfte sich so manche Fluggesellschaft oder generell manches anderes Unternehmen eine Scheibe abschneiden. Keine Scheibe abschneiden solltet ihr von der Apple Watch, denn die wurde gekürt zu oder hat die Auszeichnung erhalten als Display des Jahres. Neben der Apple Watch hat das auch das Samsung The Wall, also der flache Fernseher für das Bild, also das bildähnliche Style, was man in die Wand schrauben kann. Und ein Crystal LED Display System von Sony haben jeweils auch eine Auszeichnung in dem Bereich erhalten. Die Apple Watch hat es vor allem deshalb bekommen, weil sie quasi nicht wirklich viel grösser, aber doch bis zu 30% mehr Anzeigefläche und Größe mitbringt und die Technologie, die dahinter ist, sehr stromsparend etc. ist. Ja, ein schönes Stück Technik, das kann man sagen. Das würde Samsung auch gerne von seinem Samsung Galaxy Fold sagen und es bald auf den Markt bringen. Und anscheinend soll es soweit sein, dass man doch nicht zu spät online kommen will. Es gab ja so Gerüchte Juni diesen Jahres. Jetzt werden wir es dann sicherlich bald sehen, ob sie es schaffen, zum einen den Fehler behoben zu haben und natürlich dann auch möglichst schnell eine schöne Charge an neue Produkte rauszuhauen. Google Duo. Mögt ihr das noch erinnern? Nee, heute geht es nicht um Dienste, die eingestellt werden oder doch. Aber es ist nicht Google Duo. Google Duo war dieses FaceTime-Verschnitt, Hangout-Verschnitt von Google, eine Möglichkeit, um zu kommunizieren und eben auch mit Videotelefonie. Und das hat jetzt für Deutschland die Gruppen-Video-Aufrufe gestartet. Na dann, wer das nutzt oder anders gefragt, nutzt das wer bei uns hier in der Community? Lasst es uns wissen über die Kommentare, über E-Mail, über Social Media oder die anderen Wege, die ihr zu uns findet. Jetzt komme ich aber zu einem Dienst, den Google einstellt. Und das ist ziemlich enttäuschend, aber halt Google-typisch. Mit grosser Euphorie werden Dinge in den Markt geprügelt und dann sind sie doch nicht so toll und werden eingestellt. Oder sind eigentlich wirklich toll und werden eingestellt. Man begreift es nicht. Android Beam. Möchtet ihr euch noch erinnern, was das war? Die Android Beam API wird per Android Q, also dem kommenden Android-System, aus dem Protokoll genommen oder aus dem Android-Betriebssystem genommen. Was war das genau? Ihr konntet zwei Smartphones kurz aneinander halten. Dank NFC wurde eine Koppelung gemacht und dann via Wi-Fi Direct oder über Bluetooth Daten übertragen. So konntet ihr schnell Bilder tauschen und solche Geschichten. Ich mag mich noch erinnern, als das Ganze vorgestellt wurde. Das Jahr weiß ich nicht mehr, aber als das vorgestellt wurde, wurde das als grosser Heilsbringer versprochen. Und ja, alle hatten über Apple gelacht, weil die solche keine Möglichkeit haben. Und ja, jetzt gibt es die bei Android auch nicht mehr. Ich persönlich habe die gerne genutzt. Bei Apple mache ich das über die, wie heißt das, Airdrop, einfach über die Teilen-Funktion, ohne Berühren. Aber bei Android mit der Beam-Funktion geht das doch ein Ticken schneller, weil das Kurze aneinander halten und schon ist es gekoppelt. Schade, schade, dass solche Dinge herausfallen. Dafür kommt auch ein bisschen was rein, wenn man unter iOS oder mit iPhone oder iPads unterwegs ist und dann bekommt ein Bekannter, ein Freund auf Besuch und der hat ebenfalls ein iOS-Device oder ein Mac. Dann, und der möchte in euer WLAN, dann hat der den grossen Vorteil, dass der automatisch darauf hingewiesen wird, du, hallo, da ist jemand, der könnte ein WLAN-Passwort gebrauchen, willst du das mit ihm teilen? Und dann hast du ja gesagt und dein Kollege, Freund, Bekannter war drin. Sowas gibt es oder gab es bis jetzt nicht für Android. Sowas ähnliches kommt jetzt mit Android Q. Und zwar hat man in der dritten Beta eine Möglichkeit gefunden, wie das Ganze gemacht wird. Über Pin oder Authentifizierung des Gesichtes oder des Fingerabdrucks können die ganzen Geschichten ausgetauscht werden. Ist aber nicht so automatisiert und simpel und schlicht, wie es bei Apple ist, sondern da wird euch einfach der QR-Code angezeigt. Falls der nicht ausgelesen werden kann, wird euch das Passwort in Klarzeichen aufgezeigt und ihr könnt eurem Freund, Bekannten oder Verwandten das Passwort durchgeben, dass er es eingeben kann. Na dann, viel Spass bei meinen 64-Zeichen, die ich da drin habe. Zu guter Letzt kommen wir zu einem Dienst, der wahrscheinlich auch schon bald eingestellt wird. Spass beiseite. Aber es könnte wirklich passieren, denn o schreck o schreck anscheinend hat der Google Service YouTube Music oder Google Music, das Ganze ist ein bisschen am zusammenschmelzen, nur 15 Millionen aktive Abonnenten. Und zwar das inklusive der Trials, also Leute, die das nur austesten oder antesten. Und das ist schon ziemlich mau. Vor allem, wenn man bedenkt, wie unglaublich penetrant Google einen nervt mit der ganzen Geschichte. Egal, auf welchem System ich auf YouTube gehe, mit oder ohne App, mir wird immer wieder mal an den Kopf geschmissen, dass ich doch da ein bisschen Geld reinschmeißen könnte und keine Werbung mehr sehe etc. Ich hoffe, dass die Zahl aus irgendeinem Analysten rausgefallen ist und nicht aus den Geschäftsberichten oder den letzten Quartalszahlen, weil das ist doch schon eher sehr, sehr, sehr niedrig für dich. Ja, das waren es, die Neuigkeiten, die ich für euch bereit hatte. Somit ist die Woche rum, die Woche, wo ich den Achim vertreten habe. Ab nächster Woche ist er ja auch wieder zurück von der Republika und wird euch dann wieder ziemlich sicher durch die Woche begleiten. Euch bis dahin ein tolles und erfolgreiches Wochenende, ein ruhiges Wochenende auf jeden Fall und einen erfolgreichen Freitag. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.